Das schönste bei einer LASIK für den Chirurgen ist, dass der Patient eigentlich schon beim Aufsetzen nach der Operation ziemlich scharf sieht. Manchmal kann das Sehen noch etwas milchig sein und das Auge noch leicht drehen, aber die Patienten sind sehr erstaunt. In den ersten Stunden ist es dennoch besser, die Augen eher geschlossen zu halten und sich zu erholen. In der Regel ist bereits am nächsten Tag das Lenken eines Kraftfahrzeugs ohne weitere Probleme möglich. Wichtig ist, dass man nach der Operation die Tropfen wie vorgeschrieben nimmt und die Augen noch ein wenig schont. Insbesondere sollte man vermeiden, das Auge direkt zu berühren. So kann sich das Sehen am allerraschesten erholen und der Befund stabilisieren. Ich lade Sie ganz herzlich ein, einen Termin zur Voruntersuchung über unser Online-System zu buchen. Diese Voruntersuchung ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einem Leben ohne Brille. Ich freue mich darauf, Sie bei ELESA begrüßen zu dürfen.